Die Landsknechts-Trommeln, die Sie in der ersten Reihe sehen, das spielen überwiegend konzertant und auch bei Festumzügen und sind auch im Ausland vertreten. Unsere Uniform heißt Landsknechtsuniform. Auf dem Wappen sehen Sie das Wappen der Gemeinde Kamm. Damit repräsentieren wir auch unsere Gemeinde Kamm. Und wir freuen uns auch ganz besonders, dass unser Bürgermeister Martin Bertha uns begleitet. Wir waren bisher im Ausland, in Österreich, in Frankreich und in der Schweiz. Und dieses Mal, das ist unser Höhepunkt, Brasilien. Und wir freuen uns hier bei Ihnen zu sein. Wir spielen unsere reitische Musik mit Freude und leben damit auch unseren Brauchtum mit Freude. Und wir freuen uns, wenn Sie es heute Abend auch unsere Musik mit Freude genießen. Dankeschön. Obrigada. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020